ja o it's da Prozent halt lesen und starten zu werden once again einst du siehst am mario bloß ich will nicht jura er kommt sie dann muss ich nicht ob ich drüber los prinz ist hier alle kamen wir sind glaubt kurz vor der vollendung abhängig wollte ich noch scheiß drauf was ist das machte holen das die kohle er hat gebetet das ist die klinik wer war das die kohle der kalt schweigen karl die sieben zu bieten gehen dins ist wo es mal die russer ist nie 69 mit g mit ihm aus wo ist ohr ein bisschen viel schwindigkeit zwei am arsch ich bin da dass man dann apropos so ab geht's Polio ich bin gleich tot sagt in Deutschland die Übelstkarte ja von von so schnell die Künstliche Schildern ja nur aber nicht was ich habe was drüben gewesen jetzt nicht einmal noch mal pusten müssen wir drüben gewesen nein jetzt springt er dann nicht Mama um nur was habe ich jetzt was habe ich jetzt haben wo muss ich denn hinspringen ich spreng einfach ach da hinten ich habe ein Herz ja klar rennt einfach mal weiter jetzt wenn du was isst oder so ich hab voll so das bisschen langsam deshalb die würde ja waren wir da oben eigentlich schon Nähe keine Ahnung ich glaube nicht das Kohle 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 schwebt aber ja sicher was ist das jetzt ja springt schon wieder drüber sicherlich ich auf die Boxen auf die Boxen auf die Boxen beim ersten Rennig nicht das ist der Trick ja sicher ja klar weiß wo ich bin nicht sterben nicht sterben nicht sterben ich sterbe schon nicht bei mir geht aber tap nur bei mir geht auch tap nur bei OP nicht 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 ja klar was ist das ich kack mit ich kack auf dem laufen 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 springen ja ja ich bin halt nicht wahr Nein du bist hier rüber gesprungen ja haha was ist lustig schon eine Ahnung ja ich zubere lol lol bei dir ging was kaputt meine Schuhe du Arsch ja ja jetzt bin ich schon wieder tot toll haha Junge du hast die Rüste gestürzt am meisten ja das ist so für ein Bob das gibt's nicht ja geiler ich bin auch ich weiß ja nicht wie schnell du reckschweiß aber irgendwie ich hole mich auch wieder Rüstung ich seh es nicht an wieso ich hab die auch nicht gehoben Junge Junge doch das hast du das brauchst du mir nicht weiß machen Aaaaaaah das ist doch scheiße alles Bull Don't owe me on my piss Bitch alles klar oh Gott nicht ran das gibt es nicht doch anscheinend schon ich hab ja keine Ahnung wie schnell du reckst aber das muss ja unglaublich schnell sein denn normal halt weil ich reck sowas von gar nicht dann hast du das falsche Essen oh Gott ich krieg dir jedes Mal 5 14 Schaden wenn ich da runterfliege deshalb wundere ich mich ja ich möchte ja ich mich verhausten bis genau die gleiche Richtung wie ich ja um Krieg dann 5 du hast doch genau so viel du hast doch wie ne wie ne Eisenrüstung hast du doch jetzt auch voll die Richtung oder bis auf die Hose ja Hose und Schuhe halt eben das ist ein Diamant ich weiß es ist doch genauso nur äh Chessbett ist ja 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 oh ja ich sprengte schon wieder nicht alles mich verarschen hier wird dann Bock mit Lohr die ich hab's das ist mir scheißegal oh Gott ist ein Scheißsprung alter ähm warte mal hm was ach so das ist ne normal generierte Hülle ich dachte schon ne da waren wir grad ah ok boh leck mir die eigentliche äh lol was ist ne ich eh oh Gott warte das will ich mir nochmal ne das musst du dir selber angucken ich komm doch noch niemals hin du wirst mich verarschen natürlich komm schon dahin nein ich will gerade schon beim ersten Sprung er kann man zweiten das ist egal komm auf Poppedia losgehen oh ich soll die Mannschule oder lass mich verarschen verpiss dich ich ich kann ich habe keinen Bock mehr ich habe die Kackschule auf alle aber ich raste hier gleich aus ja gut ja du sollst vielleicht auch nicht von hier vorne anfangen mit sprinten sehr logisch bei dir wo denn sonst ja von hinten du bist grad von hier abgesprungen vom vorderen Block ja genau ich sehe es nicht bei der Geschwindigkeit ich habe ich hatte komisch aus ja ich könnte genau sagen warum das so komisch aussieht weil du die sich weil du die Sichtfeld auf Pro Quake Pro hast du es Quake Pro doch sehr festgestellt dass ich mich gar nicht der musste durchbringen zu gehen drei herzen wer für die schöne Teilchen gehabt muss ich suchen ich könnte auslösen schön flügt ich bin nicht aufsammeln wenn die auf dem Boden liegen du willst du mich verarschen ja lol danke bitte her kein Problem Loll die Kaffee als die Slautze weil das habe ich das mal auf Greg Pro so wie du das spielst das geht ja mal gar nicht bloß das Spiel bloß das Spiel alter das geht ja mal ne das geht gar nicht das ist richtig assi ne das geht ja mal gar nicht es geht ja der Kontakte zack 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 damit alles durch weißt du wer Kontrafter ist oder? ja natürlich ja jetzt weiter 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 wohin denn? ach da wo